das lauer kreuzantinium The Blue. Stecken Sie Ihre Befruchtungsdinger rein, bitte. Da passen noch welche rein. Welche waren das? Blaue, oder? Das waren... Jorge. Ja, ja. Ich bin hier ausgegangen. Ich hab mir einen Poker getroffen. Hahahaha. 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 Null. Hahahaha. Hahahaha. Aber dran. Fasschen ist los, wieder. Hahahaha. 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 Scheiße. Der ist aus der Hand gestoßen. Hallo die Fresse. Mattes Arschloch. Das schicken wir Mösi. Das auch. Der insbesondere. Hier bekommt das bei Luft raus. Hahahaha. Hahahaha. Warte, zündigst du jetzt... Oh. Was du in der Hand hast, oder? Ah, meine... Oh, wow. Ich hab's grad heiß hinten im Nacken gespürt. Warte, zündigst du jetzt... Oh. Äh... Silberkron war das, glaub ich. Ja. Nein, das sind die Green Bees. Oh. Äh... Wie darfst du tun? Äh... Die... Die Tischtebrett. Wie gesagt, schnell. Immer den Kopf über Mörser halten. Immer den Kopf über Mörser halten. Wollen Sie mal. Wollen Sie kaufen? 10 Euro. 10 Euro? Guter Preis, guter Preis. 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro. Hoffentlich morgen mehr Schilds. Und große. Und Mörser haben ist die andere Sache. Hä? Und die Mörser für die haben ist die andere Sache. Wie kannst du erst Pyro fahren? Du. Wir müssen wirklich eine kaufen. Oh, das meinst du. Jetzt vergesst. Gibt's. Warum? Ja. Morgen kaufen bei dem... ...Typen da 6 Inch. Mit Wünsch. Kaufen Mörser dafür. Und ja dann. Achter sind verboten, oder? So, ich verstanden habe. Ja. Ja. Komplett. Was ist das für ein Effekt? Silvers Rope. Silvers Rope. Silvers Rope. Silvers Rope. Okay. Ja. Ja. Einfach Solabra. Was ist von... King Cobra auch am Start. Grüße. Und jetzt bin ich durch. Kobra. Ich hab mehr erwartet. Kann ich da noch ein paar Pfeifpatronen reinmachen? Überlegen Sie was ich hier dahin mache. Aha. Okay. Ich will die blauen sehen. Ach, da ist mein Pfeife. Da, das ist die blaue. Blue Pioni. Moment, ich habe gerade 30 Minuten mein Auto da hin. Sag das mal. Ja. 30. Blue Pioni. Wie spricht das euch aus? Pioni? Blue... Pioni. Ja, nicht das Blue. Pioni. 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 Pioni, wie Gras. Oh. Da hat ein... Achtung, da liegt das. Das ist großes. Pioni. 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 Ich habe meine SSD-Karte irgendwo reingelegt. Ich weiß nicht, ob ich die... Deswegen, ich habe keine Kamera. Was? Ich habe noch mein Handy. Oh, boah... So, wenn man da steht, ist gerade. Und jetzt weiter... ...dicht hier. Da hinten rennt es. Da schmeißt C300 drauf. Ja, ich schmeiß nicht. Komm! Du bist jetzt da, du bist da. Ja, Trechthal! Du bist jetzt da! Ja, Trechthal! Ja, Bechthal! Wie sieht das aus? Wie sah die Schell gerade für dich aus? Sehr, sehr... Oh, ich sehe sie noch immer. Also wenn ich die Augen zumache. Was ist das? Ich denke mal, alle waren Silver Crown. Wir müssen die Mörser besser mal angreifen. Oh, kommt nicht drüber, da ist gut los. Das ist sicher. Ganz sicher. Oh, sind sie da noch? Ja, wenn dann, Schells in Schells. Hier nicht. Was war denn das? Oh. Was ist das für ein Effekt? Silberkrone. Silberkrone, ja. Soll ich den etwas schräg schießen? Warte. Ich mache noch ein paar Pfeifpatronen. Ich bin halt relativ schnell. Ich bin halt relativ schnell. Oh, bitte. Ah, ein kleiner. Ich bin jetzt nicht bei den anderen Teilen. Nee, du machst mir das. Und dann schießt der aus der Halle. Nee, kann man lieber da ziehen. Ja, wie du. Wie wird der? Wie wird der? Wie wird der Kleine? Ich habe nicht vor der Leck. Ich habe nicht vor der Leck. Ich habe nicht vor dem, der wir geschahen. Ich werde das zum Beispiel vor dem, der Leck und der Leck. Ich werde es. Entdeckte mich. Ich werde es. Ich werde es. I�-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ich werde es ihm.